Herzlichen Glückwunsch, liebe Hertie School! An der Hertie School wird Politik nicht nur abstrakt gelehrt, sondern ganz praktisch gelebt. Also nicht nur in Vorlesungen, sondern in unzähligen Veranstaltungen mit Praktikerinnen und Praktikern. Und dabei werden Studierende aus über 80 Ländern mit der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Verbindung gebracht. Und das macht die Hertie School und das macht das Studium an der Hertie School aus. Und damit wird das politische Berlin tatsächlich bereichert. Insofern alles Gute zu diesem Jubiläum. Herzlichen Dank für die Arbeit. Walter Sohn!